Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Und wie ich es versprochen hatte, ist jetzt hier beim nächsten Mal die Ausdauer wieder fertig. Ist es nicht schön? Und innerhalb von Sekunden haben wir sie wieder leer gebuddelt. Großartig. Großartig, wir brauchen irgendwie... Ach seht ihr, können wir auch mal wieder. Wir essen mal ein Antibiotik hier. Zack, guck mal. Zack, 82 Wellenetzen, das tut es doch fast. Das ist doch fast so, ich glaube... Oh, wartet mal, wir haben Tag 34, wir haben soweit erstmal alles, würde ich sagen. Können uns mal hier drum kümmern, dass die Sachen fertig werden. Shot, Gun, Shell, richtig, 80 Stück, sehr, sehr schön. Und dann können wir nämlich noch 101 Damatiner, äh, Pistolenschuss machen. Und dann wird alles gut. Alles wird gut. Ach, guck mal, wie schön. Müssten wir eigentlich auch nochmal... Ach, aber wisst ihr, eigentlich, wartet mal, wenn wir das hier so tief haben, dann stehen wir hier noch eins höher, so, äh? Könnten wir... Oh, weiß ich nicht. Wir müssen da mal ein bisschen... Müssen wir spontan entscheiden dann bei der Horde. Wie wir uns da verhalten, mauertechnisch, mau-ruel. Verteil, Dirt, und da ist die Ausdauer wieder leer. Meiner mitgezählt, wie viele Blöcke wir kaputt kloppen können, bis eine Ausdauer leer ist. Witzig, ich zähle das jetzt mal mit. Bräuchten eine Steel Shovel. Schade, dass es nur die Steel Pickaxe gibt. Steel Shovel wäre auch toll. Dass die dann noch ein bisschen schöner wäre. Ich habe mir das ja immer schon gewünscht, dass das, äh... Dass die optisch ein bisschen schicker werden mit besserer... Qualität. Wenn wir uns hier die Fire-Ecks angucken... Gut, die Fire-Ecks kann man jetzt nicht so viel machen, aber... Gerade bei der Schaufel, die sieht ja doch sehr oll und gebraucht und gebastelt aus. Und wenn die jetzt lila wäre, könnte die schön neu werden. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Na, neuneinhalb. Neun. Wartet mal. Weil wenn wir den zehnten noch hätten machen können, wäre der auch gewon-hitted geworden. Also, neun. Neun Blöcke-Dinger können wir mit einer vollen Ausdauer wegmachen. Herrlich. Ganz, ganz klasse. Warum haben wir kein Bier mehr? Wollen wir vielleicht doch einen Kaffee trinken? Nein, nein, machen wir nicht. So, haben wir jetzt wirklich mit Abstand nicht genug Wellen jetzt, um jetzt hier anzufangen, Kaffee zu trinken. Mann, Mann, Mann. So, wir können aber vielleicht... Ne, fällt uns nicht wieder auf den Kopf, sind wir wieder tot und weinig wieder. Lassen wir auch. So, neun Millimeter Bullets. Zack, mach bitte. Wollen wir schon malen? Ne, wollen wir nicht. Weil wir wollen... Ich hab nämlich Pläne, auch große Pläne. Fast so groß wie Washington. Weil wir müssen... Das ist jetzt natürlich... Hm. Wartet mal. Wollen wir das direkt machen? Ne, aber ich glaube nicht, dass... Wir haben nicht genug Wood Planks, äh, Wood Log Spikes dafür, um direkt die zweite Reihe zu bootloggen. Warte mal. Sagt unser Wald ist noch nicht mal angewachsen. Na gut. Da ist noch ein Baum. Ne, ne, lassen wir erst mal. Machen wir das erst mal so, wie ursprünglich geplant. Den Rest können wir später noch nachholen. Gucken mal, da haben wir schon ein Viertel von einem Viertel geschafft. Äh, die Hälfte von einem Viertel. Also die halbe... Eine halbe Wand haben wir schon befreit. Und das nur mit minimalem Stress. Hm. Wollen wir vielleicht doch einen Kaffee? Ich glaube, wir trinken doch einen Kaffee. Da hält auch, glaube ich, gar nicht mehr so lang. Wie viel Kaffee haben wir denn? Weil das geht mir echt zu sehr auf die Zippel hier. Schwupp. Alle zwei Sekunden ist die Ausdauer leer. Und ich habe mal ein bisschen Kaffee. Oh, nochmal. Falle ich da noch auf die Wellen jetzt. Aber wenn wir hier wirklich Hardcore-Buddling machen, dann zwei Kaffee können wir uns machen. Naja. Besser als nischt. Besser als nischt. Jetzt haben wir natürlich doch einmal... Ähm, der Kochtopf war hier. Zack. Und schwupp. 30 Sekunden. Huch. Das war eins zu viel. Aber wir starten erst mal. Take. Watt, habe ich jetzt? Nein. So, so. 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 Ja, sehr gut. Jetzt stehen wir hier. Wollen wir hier noch was? Nö. Wollen wir... Was können wir denn? Können wir noch was anstellen? Nee. Haben wir keine Maps mehr für nischt. Hm. Hm. Ist nix. Hm. 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 Sagte ich schon... Gimme that coffee. Kaffee, 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 kaffee. Wie viel Minuswillen das macht der? 0,1 geht. Oh, airdrop, airdrop. Wo ist er? Klingt aber laut. Wo ist er denn? Da. Okay. Wahrscheinlich hier hinter den Berg. Irgendwo müssten wir jetzt da. Oh. Du Schande, wie kommen wir denn da jetzt vorbei? Oder hoch? Wollen wir hier hoch? Komm da gerne nirgends hoch. Machen wir denn das jetzt? Kommen wir hier vielleicht hoch? Oh, nein. Ich kann ihn ja jetzt auch nicht markieren, weil sonst wieder meine... Oh. Ist das Potetium? Nee, ist blei. Aber auch schön. Ja, schön an der Oberfläche. Können wir wieder nachts schinden? Nicht. Also. Ne? Früher hätte man sich ja gefreut. Hier schön Eisen und alles an der Oberfläche. Aber jetzt muss ich gestehen, bin ich einfach zu gerne nachts in den Höhlen. Oh, guck mal. Kohlefleck. Müssen wir auf dem Rückweg mitnehmen. Äh, zu gerne nachts in den Höhlen. Um mich zu freuen, dass an der Oberfläche Zeug ist. So, jetzt sind wir hier rüber. Und jetzt ist er schon weg. Da hinten. Oh, seht ihr? Ich wäre... Gut, dass ich das jetzt noch gesehen habe. Ich wäre jetzt nämlich stumpf nach links weitergelaufen. So habe ich mich beim Um-den-Berg-Manövrieren verorientiert. Dupdi-dupdi-dupdi-dup. Ich muss sagen, im echten Leben ist mein Orientierungssinn gar nicht so übel. Aber in so Spielen... Pfff. Vergiss it. Da drehe ich mich... Guck mal, nochmal Kohle. Drehe ich mich zweimal um die eigene Achse und dann ist wieder... Weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht einfach, weil mir das Gefühl da fehlt. Weil es ist ja doch nur ein Spiel. Kommen wir da hoch? Was hast du gesagt, Finn? Hat keiner gehört. So, war das hier irgendwo? Ist die Richtung noch richtig? Ich hätte wenigstens auf die Minimap gucken sollen, wenn ich schon nicht markieren kann, ob das noch stimmt, wo ich hier lang laufe. Jetzt ist die Frage, ist das hier oben irgendwo oder ist das hier hinten irgendwo? Da wäre natürlich schön. Kann man gut sehen. Sieht aus, wie er... Wo schon mal ein AirDrop war. AirDropchen, wo bist du denn? Verlieren wir wieder Zeit ohne Ende. Für nichts wieder. Für zwei Midi-Kids, wo wir eh genug von haben, wa? Ähm... Ich glaube... Ich glaube... Wir gehen ja hier nochmal auf den Berg und gucken... Aber wenn wir da nichts sehen, dann... Kehren wir vielleicht wieder um. Nehmen wir auf dem Rückweg noch die Kohle mit? Na ja, ich habe ja auch genug Ausdauer, als gehabt, um ihn zu vertrimmen. Hm. Oder ist hier irgendwo eine Spalt? Ne, glaube nicht. Kommt hier jetzt jemand... Da kommt hier keiner. Machen die immer Geräusche. Ich stehe hier und warte, bis mich einer hauen will. Kommt keiner. Hm, 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 hm. Ne, ich sehe ihn nicht. Nö, dann eben nicht. Irgendwer prügelt da wieder auf den Berg ein, warum auch immer. Nö, dann... Kümmern wir uns jetzt nicht weiter um den AirDrop. Wir haben genug zu tun. Und wir nehmen mal noch schön die Kohle mit, die wir unterwegs gesehen haben. Das Schwein lassen wir am Leben. Weil... Ja, wie gut, dass ich zum Buddeln die Pickaxe vom Gürtel genommen habe. Aber es ist ja heller, lichter Tag. Brauchen wir die Fackeln nicht. Ja, komm, schlage ich hier aufs Eisen ein. Ist, äh... Agro. Wie damals im WoW. Das war immer so eine Sache. Aua. Äh, warum blute ich denn jetzt? Hast du gedruckt? Sag mal. Wie wärst du mal mit sterben jetzt? Hör mal, Mädchen. Ich use mal eine gute Bandage hier. Dann mal hier Stick. Nee, Sticks brauchen wir nicht. Gib die Lady her. Sag einmal. Ähm. WoW damals, wenn man da Eisen gefarmt hat oder so. Das gar nicht. Hat ganz, ganz viel Metall gefarmt in WoW. Das war so eine stumpfe Beschäftigung. Brennst halt über die ganze Map. Und suchst dir immer die Flecken, wo das ist. Und dann gehst du da dran und holst dir den. Hab ganz, ganz viel gemacht. Konnte ich Stunden. Ähm. Aber es war halt auch oft so, dann steht da so ein Gegner in der Nähe von dem Metall. Und interessiert sich überhaupt nicht für dich. Und sobald du auf das Ding einschlägst, hast du Agro. Sofort. In dem Moment, wo du draufschlägst, zack, bemerkt er dich. Und dann musst du ihn erst mal töten. Das, äh, wo sind sie zu Hause? Da ist zu Hause. Aber wir hatten unterwegs einen Kohlefleck. Den wollte ich auch nochmal mitnehmen. Huch. Aua. Aber nichts gebrochen. Alles gut. Keine Sorge. Meet Jude. Bis auf der Ausdauer. Mit der geht's mir nicht gut. So, wo bist du denn, Kohlefleck? Da ist er doch. Sehr, sehr gut. Hihihi. Er braucht schon Kohle in der Mine. Müssen wir in unserem neuen Minenloch dringend Potassium da noch mitnehmen heute Nacht. Oh, sie sind schon wieder 15. Oh, Mann, Leute, wie die Zeit vergeht. Unser Graben wird lange nicht fertig, ey. Ich glaube, wir buddeln vielleicht doch erstmal nur eine Reihe, damit wir das wenigstens fertig bringen. Hm. Oh Mann, Fynn, ey. Warum vergeht denn die Zeit so schnell? Sag euch, Alpha 13 spielen wir nicht mehr mit 40 Minuten, da spielen wir noch eine Stunde einen Tag oder so. Schaffen wir nämlich auch mal ein bisschen was. Also, ich meine sicher, es ist dadurch natürlich ein bisschen schwerer, wenn ihr euch anguckt, dass wir jetzt an Tag 35 erst einen Spike-Graben haben. Wenn wir den bis morgen überhaupt fertig haben. Ähm, ne, aber wahnsinnig. Wobei ich was sagen muss. Wir haben ja, gut, wir sind halt immer geschorben eigentlich zur Nacht, oder? Aber, an sich, so spektakulär war das jetzt nicht, dass wir da nicht keinen Stich gesehen haben, ne? Hm. Nö, aber ist egal. So, wir warten einmal. Oh, guck mal nochmal. 95 Lamps of Coles. Sehr, sehr nice. Das sind nochmal 95 Munition. Können wir schon mal ein paar Backshots vorbereiten. Wollen wir mal 48? Die Hälfte. Über die Hälfte. Warte, nö, 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 über die Hälfte. Ähm, finden wir gut. Finden wir gut. So, weiter im Text. Hallo, Herr Schwein. Schon viele Schweine unterwegs heute. Na? Jetzt wünsche ich mir, wie aus Minecraft, den Schweinesattel. Zack, drauf da und ab nach Hause. Auf dem Schwein. Wobei natürlich hier ein Bärensattel cooler wäre, ne? Dann kannst du mit den Bären immer die Zombies angreifen gehen. Geil. Das wäre doch mal eine Mod. Wenn einer von euch ein cooler 7 Days to Die Modder ist, ich wünsche mir einen Bärensattel. Und möchte dann mit den Bären auf Zombie-Jagd gehen. Ähm, ja. So, sehr gut. Buddeln. So, wartet mal. Wir können mal schon mal nochmal einmal... Eins, zwei, drei, vier. Einmal nochmal die Schabbel reparieren so ein bisschen. Dass wir da Ruhe im Hintern haben. Ein Popülchen. Nun, dann werden wir gleich einen Geheimtrick benutzen, den ich mir gerade ausgedacht habe. Und zwar, passt mal auf, wir buddeln jetzt einmal unsere Ausdauer leer. Ja, und wir werden jetzt doch uns erstmal hier auf das eine... Oh, das war eins zu tief. Oh, auf ein Ding begrenzen. Äh, hups. Schwupp. So. So, passt mal auf. Pass mal auf, was will ich hier machen? Wir machen nämlich das Vogelnest kaputt. Oder wir lassen uns einfach hier einmal runter. So, jetzt ist die Ausdauer leer. Jetzt trinken wir uns eins. Trinket. Vogelnest, wie wärst du mal mit kaputt gehen jetzt? Na gut, du musst dich vorhanden verklappen, tut mir leid. Oh, das war ja antatscht. Verdammt, hätten wir nochmal Eier rauszuhören können. Gib mal das, Federn. Baut noch nicht. Ähm, so, passt mal auf. Und jetzt nehmen wir nämlich ein Käffchen. Oh, so. Und jetzt kriegen wir nämlich wieder Doof. Und wenn der Kaffee dann leer ist, weil sonst haben wir ja ein Problem, dass wir so lange kein Doof mehr haben. Wenn der Kaffee dann leer ist, dann können wir schön, können wir sehr, sehr schön direkt wieder was trinken. Hehe. Gut, nicht? Das eisekalt ausnutze. Sonst hätten wir noch gar keinen Doof gehabt, wenn unsere Ausdauer wieder leer ist. Apropos Ausdauer wieder leer. Warum ist denn unsere Ausdauer leer, während wir einen Kaffee besitzen? Ist die Tübo? Ist richtig, ja. Jetzt springt dich hier natürlich hin und her, während ich auf die Ausdauer warte. Auch ganz, ganz schlau wieder. Extrem überlegt. Und intelligent. Liegt jetzt hier wieder Masse. Unfassbar gut bin ich. Das geht ganz schön langsam hoch, trotz Kaffee. Finde ich nicht so toll, muss ich verstehen. Gefällt mir leider, nein, leider gar nicht. Ach, so eine lila Schaufel wäre jetzt geil. Wo wir einfach alles one-hitten, auch wenn die Ausdauer leer ist. Das wäre jetzt großartig. Oder? Sag doch auch mal. Naja, müssen wir es halt so machen. So, apropos so machen, machen wir es so. Weiter geht's. Weiter im Text. Und man kommt währendlich schneller voran, wenn man nur eine Reihe wegschaufelt, habe ich gemerkt. Oder? Was habt ihr dazu? Naja, ist ja auch klar. Ist ja nur die Hälfte an Zeug, was man wegschaufeln muss. Einfachste Mathematik. Ich weiß noch gar nicht, wie oft wir die aufwerten wollen jetzt gleich. Können auch schon mal, seht da, können wir auch schon mal machen wieder. Wir können dann schon mal ein bisschen Holz vorbereiten. Weil das brauchen wir auf jeden Fall in rauen Mengen auch. Äh, 400, 500, dann haben wir ja. Ja, 502. Ist ja auch nichts dabei. Ja. Oder wollen wir das noch ein tiefer buddeln? Aber dann, nee, ist mir nischt. Wenn dann einer von den Spikes kaputt geht, dann sind die unter unserer Mauer. Das ist, nee, da haben wir keine Lust drauf. Da verzichten wir drauf. Mit Kusshand. Die Ausdauerhöhle leer. Aber ich habe das Gefühl, dass der Kaffee ein bisschen länger hält als das Bier. Kann das sein? Also, jetzt so nachträglich betrachtet, würde ich behaupten, das Bier füllt die Ausdauer besser auf. Aber ich hätte jetzt auch behauptet, dass ein Bier schon wieder aufgebraucht gewesen wäre. Die halten nicht so lange. Und dafür nehmen wir halt die Minus 0,1 Wellness vom Kaffee mit. Ist dann halt so. Und das ist ganz schön viel Zeug, was wir in der Tasche haben. Wollen wir mal die Plant Fibers wegschmeißen. So, zum Beispiel. Jetzt weg, die Plant Fibers. Tja. Jetzt haben wir nämlich zwei Holz übrig. So, das sind 500 Holz. Können nochmal... ...Woodle... ...Logge... ...Speaker. Die sind so schnell. Mal weg, alle. Mano. Machen wir mal so. Haben wir nochmal 48? Oh, jetzt ist der Kaffee aufgebraucht. Oi, oi, oi. Ai, 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 ai. So. So, jetzt ist sogar noch Gravel in der Tasche. Ne, das Clay bis hierher. So, pass mal auf. Jetzt ist die Ausdauer wieder leer. Wir haben aber auch wieder Durst. Können noch einen Jucca trinken. Zack, der Wellness plus eins macht. Dann können wir hier nochmal ein bisschen buddeln. Und jetzt können wir uns noch ein Käppchen trinken, der uns wieder... ...Use. Der uns wieder Durst macht. Und dann können wir nochmal einen Jucca Juice trinken, wenn der Kaffee leer ist. Ist das nicht toll? Wie man mit dem Durst spielen kann. Könnten noch... Ah, seht, da werden wir noch ein Penkiller. Müssten wir uns nur hauen lassen von irgendwem. Aber wer lässt sich schon freiwillig von irgendwem hauen? So weit kommt es noch. Holen, warte. Wenn ich so über nachdenke. Was tut man nicht alles für den Durst? Ist die Ausdauer wieder leer, trotz Kaffee? I love it. I love it very hard. Ah ja, guck mal. Eigentlich ist es auch gar nicht so schlimm, ne? Wenn ich überlege. Guck mal, wir haben so ein Kaffee. Macht minus 0,1 Wellness. Gut. Jetzt die Dings machen auch nur 0,1 Wellness. Die... Mano. Die Jucca Juices. Aber zum Beispiel der Golden Rottee. Der macht 0,2. Damit könnten wir tierisch, wenn wir beides im Überfluss hätten, könnten wir super krass die Wellness pushen. Gut. Würde lange dauern. Und völlig... Aber, ne? Einfach immer einen Kaffee trinken. Dann haben wir wieder Durst. Der macht minus 0,1. Dann trinken wir einen Saft. Äh, einen Tee. Der macht plus 0,2. Dann trinken wir wieder einen Kaffee. Und so weiter und so fort. Hm. Also, wenn wir irgendwann sonst nichts zu tun haben und ganz dringend Wellness brauchen. Du wirst ja, was wir tun. Stellen wir uns auf unser Dach und trinken im Wechsel Kaffee und Tee. Linke an den Kaffee, rechte an den Tee. Dem echten Leben. Mach ich mal. Ja, ne. Aber ist schon manchmal so, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Also, jetzt zum Beispiel ist es bei mir gerade noch verhältnismäßig morgens. Und ich habe hier meinen Kaffee stehen. Und auf der anderen Seite habe ich immer meine Flasche mit dem kalt werden gelassenen Tee stehen. Und entweder ich trinke einen Schluck Kaffee oder einen Schluck Tee. So. Work next. Pff. Federn. Alter. Geh mir nicht auf den Zippel. Wo wir das Lederbuch haben, können wir vielleicht doch noch mal eine Armbrust bauen. Mit Steel. Achso, Steel-Dinger können wir noch gar nicht. Weil wir den... Uh. Achso, hier ist wieder Gravel. Ähm. Ist das hier schon niedrig genug? Oder muss da noch eins weg? Ne, das war schon niedrig genug. Wir nehmen das Gravel mal mit. Oh, wir machen das sogar hier einmal weg. Weil das Gravel echt gar nichts aushält. Das schmutzen wir lieber rein. So. Wir hätten natürlich auch den Boden mit Steinen dann aus... Ja, genau. Soweit kommt es noch. So weit kommt es noch. Wir planieren das hier einmal kurz. Wenn es besser aussieht. So. So. Und dann... Ab hier schon. Okay. Waren wir nämlich nicht sicher, ab wann wir wieder eins buddeln müssen. Da hinten ist schon die Tür. Wir sind gleich rum. Nice. Voll schön. Huch. Voll gut. Dann haben wir auf jeden Fall eine Reihe Spikes. Nicht so verkehrt. So, da ist der Kaffee leer. Und wir können unseren letzten Yucca Juice trinken. Beautiful. Zack. Sehr, sehr gut. So, mach man es. Oh, da ist die Ausdauer schon wieder leer. Aber wir sind rum. Geil. Voll gut. Finde ich richtig schön. Ähm. Zack. Und weg. Ich sagte weg. Danke. Das ist natürlich die Frage. Ich glaube, wir buddeln dann aber einfach noch eine Reihe. Und dass wir besser zum Aufwerten und so rankommen. Machen wir. Aber nicht mehr heute, weil... Also nicht mehr heute am Tage, weil... Es ist gleich abends und wir wollen noch ein bisschen Platz in der Tasche schaffen für zum Anbei in eine Mine gehen. Zack. Und drin hier. Und hier. So, das, das, äh, Clay und Schmutz. Dieses, jenes, solches, welches? Brauchen wir noch Potassium. Die Stone Eggs kann hier wieder rein. Oh, ups. Äh, Fackelchen nehmen wir mit. Fackelmann-Grillzange natürlich. So, leere Gläser können weg. Ein bisschen Hunger haben wir, aber kein Durst. Mh. Dann essen wir auch kein Süppchen. Wir nehmen auf jeden Fall den frischen Tee mit hier. Und so und so. Und wenn wir das holen, die leeren Gläser können erst mal weg. Und dieses und jenes und solches. Und mhm, 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 das kriegen wir eh. Das ist nicht so richtig viel Platz. Kann das eventuell sein, wollen wir. Wir lassen mal ein bisschen Holz hier. Weil in der Mine brauchen wir das jetzt nicht. So, haben wir mehr Platz. Müssen wir uns dann halt wieder rausholen, wenn wir, ihr wisst schon was, machen. Ne, dann haben wir genug. Reicht auch. Dann kann das hier nämlich auch zu Hause bleiben. Und dann können wir uns auf den Weg zur Mine machen. Zu unserem neuen Loch. Ne, sag ich jetzt nicht. Ey. So. Wo ist der Dings? Da. Das Fähnchen. Und weil, ihr wisst ja, wir wollen da vor 22 Uhr drin sein, falls da jemand wohnt. Äh. Ist das eins von denen, wo wir schon waren hier? Ist das mal... Ja, das ist eins von unseren drei. Das andere ist da. Das war hier. Das Trio Infernale der Minenlöcher. Liegt da eine Tasche? Dadurch, dass ich so schlecht sch... Braucht auch keiner. Braucht auch keiner. Oh, oh. Jetzt aber schnell ein bisschen. Sind wir gehandelt? Sehr gut. Und der eben ist in 10 Metern an uns vorbeigelaufen. Hat uns gar nicht gemerkt. Na, soll uns recht sein. Behaupte ich. Ist unser Lampignon an? Ist an. Wäre gut. Ist ein Ditte. So, die Alte, die wir hier umgenutzt haben. So, schnell. Nicht sprinten. Sie gehen schon rot hier. Huch. So, ich hoffe mal, dass wir weiter unten auch nochmal Potätchen finden. Weil jetzt hier an der Oberfläche halt. Toter Mann. Nichts. Die sind auch enttäuschend geworden. Die waren mal richtig lohnenswert, die toten Männer. Mann, Mann, Mann. Hallo, ist hier jemand? Ein Stein. Hä? Liegt der hier rum? Ah, schön viel Potätchen. Ja, ich habe den toten Mann bemerkt. Aber, wir müssen natürlich erstmal wieder gucken, ob hier auch freie Bahn mit Marzipan ist. Führt zum Anbau, 22 Uhr. Was ist denn das? Ist das ein See? Es ist Wasser. Oder ist hier einfach schwarz? Nee, doch. Weil, na, guck mal. Wenn man hier keine Dings sieht, keine Reflexion, kann es genauso gut ein Bug sein. Aber hier sieht man dann, es ist Wasser. Okay. Puh. Na gut. Ähm. Scheiße. Jetzt bin ich hier. Das ist natürlich schlecht. So. Mhm. Hier ist ja gar nichts. Na, das wird eine spannende Nacht, sage ich euch. Da hinten ist Eisen und so, glaube ich. Ist hier ein Zombie und da... Guck mal. Hier, da. Im Wasser. Unter Wasser ist hier. Hätten wir mal mehr Woodframes mitgenommen, Leute. So. Müssen wir uns erstmal eine Treppe bauen. Kannst du mal ein bisschen runter? Danke. Ey. Bau dort da hin jetzt. Achso. Das ist gar nicht niedrig genug. Na gut. Äh. Zack. Und da noch. Na, geh doch hoch da. Warum geht der nicht hoch? Hallo? Alter. Wo ich noch ein niedriger? Äh. Wo sind die denn jetzt hier? Da. So. Jetzt aber. Sag mal, lüge ich? Ich komme hier im Wasser. Ich komme hier nie wieder raus. Für immer. Äh. Wir lassen uns jetzt Kiemen und Flossen wachsen. Oder wohnen? So, identität. Ich habe hier extra alles hingemacht. Und dann... Hä? Sag mal, willst du mir ver... Gut. Bist du nicht willig? So brauche ich Gewalt. So, warte mal. Nee, wir können jetzt schummeln. Also, was ist schummeln? Ähm. Oh. Äh. Oh. Wir haben gar nicht genug Dinger dabei. Hehe. No. So, jetzt komme ich hier natürlich nicht drüber. No. Super. Wir haben nur noch vier Frames. Das reicht vorne und denen nicht. Aber wir haben Holz in der Tat. Wir haben das Holz ausgepackt. Nein. Nein. Oh, Leute. Dass ich ein Trottel bin. Shit. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Und das ist so zappenduster hier schon wieder. Wozu habe ich denn die doofe Lampe auf dem Kopf? So. Hm. Machen wir nicht jetzt. So. Warum kann ich jetzt hier auf einmal auf dem Wasser schweben? Da hinten geht es nicht. Naja, gut. Achso, wir können von hier hinten... Ich sehe nichts. Ich gebe mal hier die Wood Frames her. Und dann ist hier wahrscheinlich falsch, ne? Nee. Sieht ganz gut aus. So. Und da? Dann müssten wir jetzt hier irgendwie in der Mitte rankommen. Hm. Ich merke die Flawes in meinem Plan. Ähm. Tja. Tja. Ich gebe mal alles wieder her. Ähm. Ähm. Machen wir nicht. Tja, Kinder. Dann würde ich sagen, ob wir hier jemals wieder rauskommen. Das erfahren wir beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt... Let's play Seven Days to Die. Ja. Ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage... Tschüssli Müsli. Tja, oder? Tja, statt. Ich bin Youitsa. ay. Nein!